hallo liebe freunde habt ihr lust auf eine komplett neue kombination unser online koch tasting rafael mein ehemaliger auszubildender und ich kochen für euch ein drei gänge menü und verena die tochter aus dem hause klüsterradweiler hier in drittenheim wird dazu eine weinprobe machen mit euch und natürlich auch mit uns liebe verena was erwartet unsere freunde bei dieser kombination mit dem online tasting ja wir als weingut und gästehaus hier an der mosel wir bringen natürlich immer gerne küche und keller genussvoll zusammen das heißt an diesem tag beim online koch tasting starten wir mit einem schönen spritzigen glas sekt aus unserem keller dann stelle ich jeweils zu der vorspeise und dem hauptgang zwei weine zu erkläre so ein bisschen wo die herkommen und warum die zu den gerichten gut passen und ja für die küche seid natürlich ihr zuständig und was bedeutet das jetzt für euch zu hause ihr bekommt von uns früh genug alle informationen einiges werdet ihr sehen kann man gut vorbereiten dann könnt ihr sogar wenn ihr wollt live mit kochen und live mitprobieren wenn das keine freude ist ich denke ihr macht mit oder